So da sind wir und weiter geht es mit Assassin's Creed Odyssey. Wir sind auf der Insel Koss und ziehen jetzt hier weiter zu der nächsten Mission hier. Und dann gucken wir mal den Teil auch noch. Wir haben ja das letzte mal diesen wunderschönen Skin gekriegt für unser Pferd. Das brennende Pferd. So, auf geht's. Jetzt sind wir immer so mit Feuer unterwegs. Mach ich hier schon eine Quest? Der alte Kommandant war ein guter Gast. Er trank nie zu viel, renkte sich nicht auf. Der Neue hingegen nimmt bei jedem Besuch eine ganze Amphore des besten Beins mit. Er lässt sogar seine Leute mehr holen. Meine Gastfreundschaft kennt Grinsen. Also soll ich ihn töten. Ja, der Befehlshaber muss sterben. Verlass dich auf mich. Du leistest gute Arbeit. Überlass das alles ruhig mir. Quest verfolgen? Was? Komm her. Vorwärts. Du bist immer noch, für mich bist du immer noch vorwärts. Boah, hab ich jetzt keine Lust. Blinderin. Wir müssen da lang. Schon wieder in dieser Festung, ja? Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Mann, ey. Die haben wir auch nicht ganz fertig gemacht. Warte, erst mal gucken. Ein Kriegsvorräte, zwei Scherze waren ja noch, ne? Ein Scherz ist da. Und der andere. Keine Ahnung. So, hat keiner was gemerkt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. zack hinten wird jetzt der andere Schatter angezeigt da geht einer gucken warte ich will noch den Schatz blind an so blind hat er nicht den Schatz, hallo jetzt wieder die ganzen Söldner ne die Wackel hat uns gesehen äh verraten Startschatz plündern alles geplündert warte ich will erstmal plündern ich lundern euch ab ha 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 haben wir jetzt alles gemacht hier? ja ne leuchtbar entzündet ist mir egal wir gehen jetzt sowieso weg verstärkung wir geben die fest zurück haha warte ach das glaubst du doch selber nicht so fest abgeben nackern ja hast du ihn getötet? der Mann ist tot diesen Lohn hast du dir verdient nimm dies ein Tag wie jeder andere ah hier gab es noch irgendwie nen Schatz da rum nehme ich auch direkt mit dann haben wir diesen Ort auch komplettiert zack ist das auch ne quest das wollte ich nicht das wollte ich nicht ja nochmal auf zu springen hier da geht der nicht hoch da geht der nicht hoch hm hier wurde brauchst du vielleicht ein Söldner du hast etwas Törichtes getan Adlerschatten was das ist aber nicht so nett harte Zeitner fordert harte Entscheidungen pass auf was du sagst Spatanerin kein besonders höflicher Gesprächseinstieg findest du nicht zu deinem Glück war diese törichte Tat die richtige was soll das denn heißen nun da du Archidamus des Verrats beschuldigt hast ist Sparta damit beschäftigt seine Würde wieder herzustellen es ist der perfekte Zeitpunkt für Athen um zuzuschlagen wir sollten das Lager in der Nähe überfallen und ich soll jeden einzelnen der Sparta töten die paar Soldaten sollten für jemanden wie dich wirklich kein Problem sein verlass dich auf mich gut bitte kümmere dich diskret darum überlass das mir ich halte die 5 ok wir holen natürlich unser Pferd es ist das coolste Pferd ever ever aber da kommt der hier nicht durch ok alles klar ich gib zu das war nicht so gut ich geh zu Fuß das ist ja nicht so weit was sind die spadanischen Soldaten Vorsicht niemand darf mich sehen hat mich keiner gesehen drauf 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 ok machen wir das so Alter sehr nice Kopfkirche ich bin die Schuldreiche zu der Spur und zurück zack abgemacht genau was schalte blündern da oben Hm? Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Psychokratische Schule der Medizin. Haben wir auch. Du bist zurück. Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden Einzelnen. Du hast mir mehr geholfen, als du ahnst. Danke. Ich helfe doch gern. Sehr gut. Exios. Was ist, da ist noch ein Schatz? Was ist denn das für ein Schatz da oben? Heute nicht verstanden. Dreh um. Haus des Anführers? Das haben wir auch noch nicht gemacht. Wo ist das Schatz? Okay, jetzt greift er mich an. Nein, nicht das. Und ein nächster. Und ein nächster. . 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 Nice. . 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 schlossen. Oh, da kommt der Söldner. Da wollen wir noch nicht synchronisieren. So, zack. Äh, das ist direkt da. Hinten. Mal hier schon gucken. Ich will nur synchronisieren, macht keinen Ärger. Attacke. Yes. Der letzte Synchronisationspunkt. Sklepios Tempel. Oh, da ist jetzt noch eine Quest. Auf einmal aufgetaucht. Okay. Der Hafen. Aha. Dann gehen wir gucken, was die Quest will. Einmal durch den Wald. Du, 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 du. Ähm... Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie mir Angst einjagt. Ich habe schon eine Nachricht an den Befehlshaber geschrieben, aber ich komme nicht an ihn vorbei, um sie ihm zu überbringen. Du willst, dass ich sie dem spartanischen Befehlshaber übergebe? Du liest meine Gedanken. Es wird nicht leicht, aber ich kümmere mich darum. Den Göttern sei Dank. Alles erledigt. Ich verbringe die Nachricht. Es wird wieder hell. Es wird wieder hell. Nur noch zwei Sterne. Äh, Fahndungssterne. Okay, der Typ ist jetzt genau da, wo ich hin muss. Reden. Lieferung für dich. Danke. Hier, das ist für dich, Söldling. Cool. Quest abgeschlossen. Verfluchte Gewässer. Sehr nice. Tja, mit dieser Aktion haben wir jetzt die ganze Insel, ne? Insel Kos. Die nächste wäre hier, wütender Krater des Arges. Nisiros. Nisiros. Tja, das ist ja nicht so groß, ne? Sollen wir da mal rüber gehen? Komm, wir machen das mal. Wir brauchen auch noch nicht da rüber zu fahren mit dem Schiff. Sondern Was? Zack. Nehmen wir direkt auch noch mit. Komm. Geht auch noch. Was? Äh. Äh. Was ist denn hier los? Nein, das wollte ich nicht drücken. Oder? Gibt's denn da noch? Da vorne ist er. Du tötest Argus. Quest verfolgen. Was ist denn Argus? Mitten im Feuer? Was soll das denn jetzt sein? Das sind doch diese Tempeln, ne? komischen. Okay, gehen wir mal gucken. Wir sind hier für alles immer offen. Goldenes Fragezeichen. Ist meistens irgendein Tier, ne? Töte und Töte. Guess. Das ist bestimmt irgendeine Quest, die wir irgendwann mal von irgendjemandem angenommen haben. Uh. Ist was anderes. Ganz andere Geschichte jetzt. Da müssen wir rein, ne? Äh. Warte. Wir machen mal schnellig speichern. Bloß nicht sehen lassen. Der helle. Zyklop. Alter, was? Der ist hier. Uh. Der Zyklop. Da ist der. Ja. Mal den Schaden überhaupt. Am besten am Auge treffen, ne? Der kommt Schaden, ey. Sollen wir so mal mit denen kämpfen? Okay. Oh, der Zyklop, ey. Oh, was der für einen Schaden macht. Oh, der ist nicht gut. Der muss mal mit, äh, Fährkampfwaffe. Oh, ich, der, ach so, das haben wir noch das Feuer. Stimmt. Äh, warte. Heiligt. Da muss ich auch drauf achten. Auf, der, ach, der zyklop, alter, ey. Oh, der Zyklop, alter, ey. Also ich glaube meine Taktik hier Bringt nicht so viel Oh, guck mal, ich bin tot, Alter, was? Uh, der wird ja übel Der Zyklop ist hier auf der Insel, ja, Hammer Ich versuche den jetzt mal mit Sonarkampf Boah, der macht gut Schaden, wenn ich den Sonarkomme, ne? Ich muss versuchen, den auszuweichen Dann machen wir das so Und so Überall ist Lava, da muss man auch noch aufpassen Okay, wie ist es denn? Was ist hier mit? Okay, nicht treffen lassen Okay, okay Der trampelt ein bisschen Da macht er Lava, ne? Okay Wieso macht er mir jetzt Schaden? Scheiß Lava Ah, ja, ja Weg, weg, weg Nein, 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 nein Nein, nein, nein Nein Das ist echt gemein Nein, ich bin tot Das Gewicht ist super Ja, halt Ah, nein Bring ihn rauf Alter Oh, okay Okay, ich bin am Brenner Alter, nein Ich bin tot Ich bin tot Nein, was? Was ist denn? Auf damit Nein Das gibt's noch nicht Wieso trifft er mich? Ich bin noch ausgewichen Ich muss den Treffen Warte Halt Alter, echt Nein, nein Die synchronisierte Alter, was? Der ist voll zäh Der ist richtig zäh Der Typ Ah So, ein Dreck Ich verstecke mich lieber Was ist die Kamera so komisch Hallo Ich mach den kaum Schaden Der kann doch nicht sein Was daneben? Toll Out von Alter. Observe. Ah nein. Warte, das fand ich nicht. Sorry. Blieb der wieder hier runter. Eieieiei, nein, 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 nein. Okay, wieder weg, wieder weg. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Lauf ich da voll rein. Nein. Geh doch auf das Scheißfeuer. Ich hab kein Leben mehr. Pfeile mehr, was? Was? Was mit Gift? Nein, ich sterbe. Was? Ah nein, echt? Das Feuer macht das Feuer aus. Das Feuer, ich brenne. Heilen. Ich bin. Was? Oh, was ich? Oh, was es? Oh, was ich? Oh, was ich? Oh, was ich bin? Oh, was ich? Oh, was ich bin? Oh, was ich bin? Alter, nein, desynchronisiert er ja echt, krass, okay, wir machen ja eine Pause, ich sage danke und bis gleich, ciao, ciao.